Was ist ein toll organisiertes Turnier? Ein toll organisiertes Turnier. Auch über die zwei Tage, wo man am Abend noch mal Zeit hat, sich mit Trainern auszutauschen, fand ich richtig gut und wir kommen gerne wieder natürlich. Was sagst du zum Niveau der Mannschaften? Ich glaube, es waren spannende Spiele. Ich denke, man kann aus den Regeln noch ein bisschen mehr rausholen, weil ich glaube, den spielenden Torwart hat so kaum einer genutzt. Wo das eigentlich immer eine Überzahlsituation gewesen wäre. Ansonsten waren es schöne Spiele. Ich glaube, es war jetzt keine Mannschaft dabei, die komplett untergegangen ist. Und ja, das beste Beispiel sind vielleicht wir, die sehr überschaubar gestartet sind, am Ende den Turniersieg haben und Leverkusen, die richtig gut gespielt haben und knapp verloren haben und dann irgendwie hinten ran das Spiel. Aber das macht Hallenfußball aus. Und deswegen macht weiter so und wir freuen uns auf kommendes Jahr. 18 Jahre lang war Bernd Schröder das Sprachrohr von Turbino Potsdam. Jetzt darfst du endlich auch mal was sagen. Wie hat es dir gefallen dieses Jahr? Ja, es war ein gutes Turnier. Es waren spannende Spiele. Hochinteressant auch teilweise. Technisch auch wieder teilweise ein guter Fußball. Und wie man bei den Leuten auch sieht, die Halle war ja wieder voll. Also man kann eben sagen, dieses Turnier, wo wir ja nun langsam schon Bestandteil sind, war wieder gut, war gelungen und lohnt sich, denke ich mal, nächstes Jahr wieder zu machen. Und nächstes Jahr sind wir wieder dabei? Natürlich, wir sind ja immer dabei. Die Stimmung weiterhin auch super. War spannender Fußball, viele schöne Tore. Also auf jeden Fall ist Jürgenberg für jede Mannschaft, denke ich, eine Reise wert. Und wenn wir noch mal kommen dürfen, kommen wir gerne. Ja, es war ein bisschen stärker, das Turnier dieses Jahr. Ich denke, die deutsche Team waren stärker overall. So, ja, es war ein guter, kompetitivt Turnier. Also, man konnte sehen, dass es das Finale Spiel auf Sondagen gab, die sagten, wer zu den Semifinals. So, das war gut. So, das war gut, wie drei Team in jedem Grupp, die spielte für die zwei Semifinals. So, es war ein wirklich guter Level und gut für uns. Wir beginnen mit dem, um in Tempo zu kommen. Und wir müssen schnell denken, wir müssen unser Körper fysisch und so weiter nutzen. So, es war gut. So, wir werden dich nächstes Jahr wieder sehen? Ja, ich hoffe. Wie viel magst du dieses Tournament? Ich mag es sehr. Vielen Dank. Ich bin hier für die zweite Mal. Und ich denke, es ist sehr gut für die Teil der Preparation. So, ich mag es. Und ich hoffe, dass wir nächsten Jahr kommen können. Und das ist wichtig, dass wir sehr schwer für uns spielen können. Weil hier die Team ist ziemlich gut. Und das ist das wichtig für uns. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020